Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen »Kiwis große Partynacht« und »Wer weiß denn sowas XXL?« Am Mittwoch wurde zum ersten Mal »Kiwis große Partynacht« ausgestrahlt. Konnte die Show im Quotenduell gegen »Wer weiß denn sowas XXL?« bestehen. Köln, am Mittwochabend, 27. Dezember 2023, startete auf satt. 1. Andrea Kiewels, 58. »Kiwis große Partynacht«, bei der die Moderatorin jede Menge Stars und deren Megahits zum Mitsingen und Mittanzen präsentierte. Mit dabei waren unter anderem Anastasia, 55, Peter Maffay, 74, Kulcha Candela, Vanessa Mai, 31, DJ Ötzi, 52, und Pur. Doch reichte dieses Aufgebot aus, um den Konkurrenten »Wer weiß denn sowas XXL?« in der ARD auszustechen? »Kiwis große Partynacht« gegen »Wer weiß denn sowas XXL?«, welche Sendung überzeugte mehr Zuschauer? Zeitgleich mit »Kiwis große Partynacht« zur Primetime um 20.15 Uhr startete die Spielshow im Ersten mit einer extra langen Ausgabe. Und hatte ebenfalls Publikumsmagneten am Start. Olli Dittrich, 67, Piet Klocke, 75, Charlie Hübner, 51, Caroline Schuch, 42, Palina Rojinski, 38. Und Jessica Schwarz, 46, waren bei Kai Pflaume, 56, der immer noch Feuer und Flamme für das Format ist, zu Gast. Natürlich fehlten auch die beiden beliebten Teamkapitäne Bernhard Höcker, 53, und Elton, 52, nicht. Harte Konkurrenz im Quotenduell für Andrea Kiewel und ihre neue Show, an der sie anfangs selbst Zweifel hatte. Und tatsächlich konnte sie Kai Pflaumes Ratespaß bei weitem nicht aufnehmen, wie die DWDL-Zahlenzentrale zeigt. Während, wer weiß denn sowas XXL, 4,86 Millionen Zuschauer einschalteten, was einem Marktanteil von 20,2 Prozent entspricht, kam. Kiwis große Partynacht, insgesamt durchschnittlich nur auf 1,53 Millionen und einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Wer weiß denn sowas XXL, schlägt, Kiwis große Partynacht, um Längen. Ein solides Ergebnis für die neue Schlagershow, mehr aber auch nicht. Wer weiß denn sowas XXL, erreichte unter den 25 meistgesehenen Sendungen vom Mittwoch, 27. Dezember, Platz 3, Kiwis große Partynacht, war nicht vertreten. Etwas rosiger sieht es für die Musikshow aus, wenn man die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrachtet. Hier konnte Kiewels Show wenigstens Platz 14 belegen. Auch wenn der Marktanteil mit 6,3 Prozent und 0,32 Millionen Zuschauern auch nicht höher liegt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen hat, wer weiß denn sowas XXL, die Nase klar vorne. Mit einem Marktanteil von 13,8 Prozent und 0,71 Millionen Zusehern belegte die Sendung mit Kai Pflaume Platz 2.